Hallo Leute, ein paar kleine Informationen in diesem Volos-Wort zum... Was ist denn heute? Dienstag? Alter, Dienstag, gerade mal. Das ist ja schön, ne? Da freuen wir uns doch alle, die Woche hat gerade erst begonnen und wir müssen noch eine Menge überstehen. Ja, super. Okay, paar Informationen. Zum einen ist gestern der Hyrule Warriors finale Part gekommen, mehr oder weniger. Ähm, da wurde mir ja schon wieder geschrieben, Alter, Wollob, bist du dumm oder was? Warum teilst du den und schreibst ein Finale dran? Ich habe ihn nicht geteilt. Nein. Ähm, Leute, die schon länger auf meinem Kanal dabei sind, kennen diesen Fehler bereits. Leute, die neu dabei sind, kennen ihn noch nicht, das ist klar. Und zwar ist es so, dass ich manchmal einfach Pech habe mit den Uploads. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Wenn ich ein Video hochlade, das auf meinem PC 25 Minuten geht, oder in Hyrule Warriors Fall, glaube ich, es geht 26 Minuten und ein bisschen. Ähm, und ich lade es dann hoch. Kann ich Pech haben, dass es auf YouTube einfach irgendeine Randomzeit geht? Irgendeine Randomzeit, die halt kürzer ist als das eigentliche Video. Und ich weiß leider Gottes immer noch nicht, woran das liegt. Das war eine Zeit lang ganz schlimm, dass ich eigentlich jedes Video zwei, dreimal hochladen musste, bis es die richtige Länge auf YouTube hatte. Ähm, dann war es mal ganz weg. Jetzt ist es momentan wieder so ab und zu. Kriege ich aber normalerweise mit. Warum habe ich das jetzt in diesem Fall nicht mitbekommen? Es war so, ich habe es im letzten Moment auf dem letzten Drücker hochgeladen. Und als ich schon zur Arbeit musste, war dieses Video noch nicht hochgeladen. Dementsprechend konnte ich nicht sehen, wie lang ist dieses Video am Ende und musste mich drauf verlassen, dass das funktioniert. Tja, wir haben gesehen, hat nicht funktioniert. Toll, super. War einfach wieder 17 Minuten oder so und dann mit einem Satz vermutlich vorbei. Ich habe es gelöscht. Ähm, und neu hochgeladen. Ist jetzt in kompletter Länge da. Ähm, kommt auch heute. Wird nachher freigegeben. Könnt ihr dann ab der Stelle, wo ihr aufgehört habt, gucken. Tut mir echt leid. Aber das ist halt, das ist echt ein Problem, wo ich keine Ahnung habe, woran es liegt. Ähm, kann mir auch keiner sagen, wenn ihr vielleicht das gleiche Problem habt, haut mal raus. Ähm, ob ihr da irgendwie eine Möglichkeit gefunden habt, was dagegen. Ja, das war halt früher auch manchmal so. Es hätte auch sein können, dass dieses 26-Minuten-Video 25 Minuten gegangen wäre. Und dann hätte ich in den Videomanager geguckt, oh, 25 Minuten, das wird schon passen. Das wird schon passen. Ich, es ist schon meist so, dass ich wirklich nachgucke. Also ich gehe aufs Video, gucke, hm, gucke, der ist ja Anfang da, ja, Anfang ist da. Dann gehe ich aufs Ende noch schnell, gucke, ah, okay, Ende ist. Auch da, gut, hat funktioniert. Aber wie gesagt, in diesem Fall hat es zeitlich einfach nicht hingehauen. Und ja, man darf sich auf nichts verlassen, ne? Ist einfach ein Fakt, man darf sich auf nichts verlassen. Nächster Punkt auf der Tagesordnung. Wo sind die Videos denn überhaupt? Oder was ist denn hier los? Kaum Videos, stimmt, kaum Videos. Ich war letzte Woche wieder echt arschefaul. Zum einen hatten wir den One-on-One-Release. Jetzt wird Mock lachen, weil ich damit eigentlich nicht so viel Arbeit hatte. Aber okay. Ähm, ja. Das spielte für mich halt ein bisschen mit rein aus dem Grund. Man ist ja auch ein bisschen nervös, ne? Dann hat man andere Dinge im Kopf als die eigene Aufnahme für den eigenen Kanal. Ist halt echt so gewesen. Also da war ich so ein bisschen, na, wollte mich lieber verrückt machen. So könnte man es sagen. Ich wollte mich lieber verrückt machen an dieser Stelle. Nun ist er aber da und ich muss diese Woche arbeiten. Dementsprechend kann er ja auch nicht viel aufnehmen. Ähm, heute kommt, halt das Hyrule Warriors Video, dieses Video. Heute Abend streame ich noch zusätzlich ab 22.30 Uhr. Ich weiß, dass jetzt wieder viele schreien, Alter, ich muss doch zur Schule. Kein nichts für. Ich muss auch arbeiten. Das ist der Grund, warum es 22.30 Uhr wird. Und bevor er mir jetzt wieder sagt, da kommt keiner, da kommen Leute. Macht euch keine Sorgen. Da kommen Leute. Waren wir beim letzten Mal um 0 Uhr auch Leute da. Ähm, heute Abend werden wir, das kann ich schon sagen, werden wir von 22.30 Uhr bis 23.30 Uhr werden wir Smash Brothers spielen. Ähm, Freundescodes braucht ihr jetzt nicht da drunter schreiben, weil ich davon ausgehe, dass drei, vier Subscriber da sind. Die sind dann sowieso als erstes dran. Äh, und dann ist die Stunde auch schon fast rum. Also von daher, mhm, ist das unnötig. Und wenn dann einer nicht Subscriber dran wäre, dann müsste ich mir jetzt aus der Liste der Leute einen raussuchen. Und, äh, ne? Aber nimm mich, ich bin die Ausnahme. Ja, 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 bist du nicht. Kann ich dann auch nicht, äh, kann ich so nicht machen, ne? Verstehst du? Verstehst du? Danach werden wir vermutlich dann Forza Horizon 2 zocken. Ähm, relativ open-end. Aber ich denke, so um 1 Uhr machen wir dann Schluss. Also ich denke mal so zweieinhalb Stunden, drei Stunden wird das gehen. Weil ich muss morgen ja auch wieder arbeiten, ne? Ist ja nicht so, ist ja nicht so, dass ich dann, ne? Tch, ne. Leider nicht. Ich werde versuchen. Ich werde versuchen. Das erzähle ich euch jetzt einfach mal. Kann, dann wisst ihr, ob es geklappt hat oder nicht. Ich werde versuchen, mir Donnerstag Urlaub zu nehmen. Ist halt so ein bisschen die Frage. Spontan ist nicht gern gesehen. Deswegen, gucken wir mal. Dann würde Donnerstag auch tagsüber ein ganz normaler Stream kommen, in dem wir dann auch Smash Brothers und, und, und spielen. Wäre ziemlich cool. Würde ich mich freuen, wenn das klappen würde. Aber kann ich halt noch nicht versprechen, ne? Ansonsten, denke ich, wird Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, 22.30 Uhr, wird es das Streams geben. Schätzungsweise, ne? Es kann immer was dazwischen kommen, wisst ihr ja. Und daher muss man schauen. Ansonsten ist natürlich dann auch am Freitag, letzte Woche Freitag, der One-on-One-Kanal gestartet. Sollte das irgendjemand von euch noch nicht mitbekommen haben, Leute, dann geht drauf. Werde ich euch auch hier drunter verlinken, One-on-One-Kanal. Äh, ich, äh, ne, man nennt sich immer zu selbst, ne? Mythos of Gaming, Playing, äh, Kornel und ich haben einen eigenen Kanal gestartet für dieses One-on-One-Format, wo wir Singleplayer-Spiele gegeneinander racen. Also zwei, von jedem das Bild im, also von jedem das Spielbild im Bild. Und, äh, wir reden dann zusammen darüber. Keine Ahnung. Und schauen, wer am schnellsten dieses Spiel durchspielen kann. Das ist ziemlich cool, das macht jede Menge Spaß und begeistert auch schon eine Menge Leute. Warum noch nicht dich? Hä? Warum noch nicht dich? Ist eine gute Sache. Ja, ist Freitag gestartet, ist super gut gestartet. Von daher, wir wollen, dass das so weiterläuft. Ähm, abonnieren. Dankeschön. Gucken vor allen Dingen. Abonnieren und dann gucken. Gucken, wer wichtig. Ja. Da spielen wir aktuell Sonic Adventure 2, ich gegen M.O.P. Und, äh, Mario Bros. 3, Kornel gegen mich. Und wir haben auch ein Video zu Smash Bros. 3DS, wo wir zu dritt spielen und über Kekse reden. Und ragen und ranten und überhaupt. Das ist eine gute Sache. Recycling ist ein wichtiges Thema in diesem Part. Also auch für euch, äh, Umweltschützer hier unter uns in den Kommentaren, unter mir. Auch für euch. Ist ein super Ding. Ist ein super, alles top. Tippi-toppi ist das. Gut. Dann kann ich euch sagen, ähm, also ich werde versuchen, die Woche über so ein paar Video-Fetzen zu bringen. Rechnen wir mal so mit ein, zwei Videos am Tag, okay? Also ich schaff's echt momentan überhaupt nicht. Wenn ich Donnerstag frei kriegen sollte, können wir Donnerstag, Freitag ein bisschen mehr mitrechnen. Ansonsten echt schwer. Dann haben wir auf der Liste. Ich, äh, möchte dieses Wochenende zwei neue Projekte starten. Außerdem möchte ich euch auch noch weiterhin informieren, wie es im Oktober so projektechnisch vermutlich aussehen wird. Ähm, zwei neue Projekte dieses Wochenende. Und das wird zum einen Crash Bandicoot 3 Warped. Hä? Ollo? Das hättest du schon mal, das hast du schon mal gespielt, aber nicht zu Ende gebracht. Richtig. Habe ich nicht zu Ende gebracht, da ich meinen Spielstand verklüngelt habe. Und dann immer gesagt habe, ja, komm, ey, machst du noch, machst du noch. Du spielst das mal nach. Habe ich natürlich nie nachgespielt, so richtig. Nun ist der Punkt, an dem ich mir sage, ey, ich habe voll Bock auf Crash. Deswegen wird Crash Bandicoot 3 nochmal gespielt. Ja, da haben jetzt einige Leute schon gesehen, aber... Seien wir mal ehrlich, es sind jetzt neue Leute da, die es vielleicht nicht kennen. Crash Bandicoot 3 ist ein absolut geiles Spiel. Ich habe Bock drauf. Ich will das gerne spielen. Ich tue es einfach. So, Punkt. Zweites Spiel, das am Wochenende startet. Megaman 2. Nachdem ich ja auch schon gesagt habe, die Megaman-Reihe soll Bestandteil meines Kanals werden, kommt nun auch der zweite Teil. Auf den ich mich sehr freue. Der ist nämlich wesentlich besser als der erste. Und es wird cool. Kam ja auch... Der erste Teil kam bei euch ja auch gar nicht schlecht an. Deswegen schätze ich einfach mal, dass der zweite Teil auch ganz gut aufgenommen wird und sich jetzt keiner denkt, oh, fuck. Ja. Weiter geht es dann im Oktober mit The Evil Within. Ähm, das kommt eigentlich nächste Woche Dienstag raus. Sollte ich es eher bekommen, spiele ich es vielleicht auch schon eher. Also kann sein, dass es eher startet. Ich weiß es noch nicht. Muss man mal gucken. Muss man mal schauen. Und, äh, was im Oktober auch noch definitiv startet, ist, äh, Bayonetta 2. Ganz klar, ne? Bayonetta 2. Ähm, startet dann zum Release. Am, glaub ich, 24.10. dürfte das sein. Da könnt ihr euch drauf freuen. Freuen sich die wenigsten drauf. Ich weiß. Aber ist mir auch egal. Ist ein geiles Spiel. Wird gespielt. Freue ich mich. Freue ich mich persönlich sehr. Und ihr, äh, dies nicht gucken. Ihr solltet euch mal an Geschmacksverirrung testen lassen. Ohne Scheiße. So, das ist ein super Ding. Wie lange reden wir hier schon? Oh, fast 10 Minuten. Na, das macht nichts. Ähm. So, jetzt wird es natürlich jede Menge Leute geben, die sagen, oh, alles scheiße, Wollo. Ihr dürft liebend gerne noch, ähm, Projektvorschläge machen. Ich suche definitiv noch nach Projekten. So ist es nicht. Ich überlege auch, in der nächsten Zeit jetzt, also sehr bald, einen 3-Herzen-Zelda-Run zu starten. Oder halt einen 6-Herzen-Run, wenn das Skyward Sword werden sollte. Aber das würde ich echt gerne jetzt in der nächsten Zeit mal machen. Ähm, Experten unter euch können ruhig mal schreiben, welche Spiele nicht 3-Herzen-tauglich sind. Also welche Herzen, äh, bei welchen Spielen ich definitiv Herzen einsammeln muss, um weiterzukommen. Die gibt es ja auch. Weil die, äh, kann ich dann leider nicht spielen. Das Einzige, was mich bei diesem 3-Herzen-Wahn so ein bisschen stört, ist, dass bei einem Zelda der Anfang immer relativ langwierig ist. Und auch nicht sonderlich spannend. Das ist eben, hm. Naja. Das ist ein Fakt. Ich denke, das war es so im Großen und Ganzen. Wir sehen uns dann in Videos oder was auch immer, wo ihr Bock drauf habt, Leute. Und, ähm, ja. Guckt bei One on One vorbei. Bleibt betreu. Es tut mir leid mit den Videos, aber... Wir sehen uns. Tschüss. Tschüss.